Hi Fans! Heute hat mich Mario eingeladen zum Barbecue, aber leider muss ich ihn noch selber anlegen mit. Wir haben gerade ein schönes Hellchen gegrillt und ich glaube, das schmeckt gut. Ich werde euch nochmal Mario vorstellen. Mario, man kann nicht kennen, Mario. Welche Aufgabe übernimmst du dieses Jahr? Ich fische! Max, den Fisch haben wir immer im Griff. Also ich denke mal, wenn es mit Renngeschäft nichts wird, steigen wir in ein Restaurantbusiness ein. Da wo wir sind, da ist vorne. Und jetzt lasst uns mal schmecken. Wir sehen uns später. Ciao! Hi Deutschland!